Herzlich Willkommen zurück zu Scheinders in der The Lightning King, nicht in The Lightning King, ganz einfach, schlicht und einfach. Wo ist noch ein Zettel? Die Schweinshörnchen haben gut auf das Produkt angeschlagen, nach nur wenigen Stunden waren sie bereits zehnmal so kräftig wie krummens. Okay, kann ich hier hoch? Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Das sind etwa dann die Berserker in die Kombination aus. Okay. 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 Das ist ja quasi eine Fabrik. Okay. Oh, muss es nach Rheinfolge gehen? Oh, nööööööööööööööööööööwe- Okay, dann gucken wir mal das Handwagen, was das macht. Okay, das macht Feuer. Ist das das Hörnchen da drin? Also die Nuss. So, was ist wenn ich das jetzt verbrenne? So, jetzt ist das Eis weg. So, jetzt machen wir den Wind. So, und jetzt machen wir das Ding auf. Äh, was war's? Ich glaube das Gelbe. Mit dem Gelben habe ich die Teile bewegt. Genau, mit dem Gelben habe ich die Teile bewegt. Wissen für Schweinhörnchen. Das wird ihnen schmecken. Wissen für Schweinhörnchen. Das wird ihnen schmecken. Wissen für Schweinhörnchen. Ich will mit dem mal kämpfen. Ich will den Schädchen füttern. Ja. Cool, nice. Also die Rätsel werden auch immer Stück für Stück immer komplexer. Aber noch machbar, mach nach. Du musst einfach nur ein bisschen reinfolgen. Aquarium, okay. Es scheint, als wäre das drüben der Handlanger. Okay. Unsichtbarkeitstrank, okay. Warte, ist das jemand? Okay. Was ist denn da für eine Nase? Was geht? See, see an, see an. Offensichtlich haben wir ein paar neue Versuchskandinschen. Heute ist mein Glückstag. Möchtet ihr vielleicht etwas zu trinken? Ihr müsst durchzustellen, meine kleinen Schweinsäumchen. Was habt ihr vor? Kannst du den Trink behalten? Wir haben keinen Durst. Schon bald werden wir wissen, wie ihr reagiert, wenn ihr euch, wenn ihr euch meinen unglaublichen Drang verabreicht habe. Ihr werdet zu niedrigen, blutrüstigen Kreaturen. Ich werde euch völlig unter Kontrolle haben. Und dann seid ihr meine Schergen. Sobald meine Armee fertig ist, werde ich Gendis erobern. Und diese verrückte Zockrum wird ein niemand sein. Auf, auf, meine Schergen. Auf, auf, bringt mir diesen Narren. Mwahaha. Okay, das ist der Move. Achso, das seht ihr jetzt steigt die Verteidigung? Okay, und das andere ist ein Angriffmogen. Ins Gesicht, Alter. Und der andere ist einfach nur Angriff. Okay. Trafen. Und der andere ist einfach nur Angriffmogen. Blöder Wichser, jetzt komm doch mal her. Der ist sau langsam, Alter. Das ist ja der Shit. Ich wechsle jetzt mal. Das ist mir zu blöd. So, jetzt. Ja. Ich wechsle jetzt mal her. Alter. 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 gesicht bis zu disziplin ich würde doch ich würde doch herrscher werden das wäre genau mein ding gewesen krummes verwandlung also ich muss sagen der große festgepackt oder der großzeit unten ist das aber schweine langsam vom luft mehr im kampf was habe ich denn für die disziplin gegenstand das würde fünf verstärken der kann ich gerne tragen und der kann die auch nicht tragen also kann es ja nur noch der sein zauber disziplin hatte ja schon so was hat er noch ein kopftuch trägt ja schon das kett den kettengürtel trägt ich habe sie gekauft haben ausgerüstet auch ich bin so manchmal zwölf ich an mir selber das ist ja steht ich habe gekauft aber ausgerüstet mann 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 was war mit den jungen wo wir dann den notiz der prototyp des tranks wirkt besser als erwartet die größe des ersten schweinhörnchen meiner versuchsreihe hat sich vervierfacht es ist einfach unglaublich meine riesen schweinhörnchen ist entlaufen wir hätten es so schön essen können wäre für mindestens eine woche genug gewesen ja disziplin trinkt mich mit diesen masken können wir also krummes durchgehen ok kann ich hier rein dann kann ich nicht schade ok saft nicht trinken nicht in reiche von anderen krummes auf vorjungen was drei mal aus wieder einen begehrenswerten krummes getechnungsverlust dran gewirkt diese ok so jetzt massenhof er hat er gesagt also nicht der hellste deswegen dinge ich dass mir dort locker ist vorbei können ja keine schweinhörnchen sei krummes begleitet oder nein nein ja keine schweinhörnchen wie krummes ihr dürft durchgehen scheiße ist der dumm wie stück elend hey bitch was geht ja das wird noch einen ruf machen naja was solls rang s bitte rang s ja dann die bärenfahren kann ich einfach ich muss da unten hin also muss ich runter ich glaube erst mal hier lang Fick so. Ich hänge fest. Oh, Storhe. So ein Stück Elend. Komm schon mit der Erinnerung. Ne? Okay. Gelbe Frucht. Okay. 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 Die anderen. Was, was ich hier? Was machen wir? Was ist das? Was ist das? da muss ich echt wegräumen bei dem scheiß was wir denn hier diese kommen ist wohl nicht ganz bei der sache erscheint nicht zu merken dass wir hier sind allerdings andererseits beschleicht mir das gefühl dass sich sehr wohl jemand unserer einwesenheit bewusst ist hier wieder so ein gegner mann 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 kann man jetzt rücken gibt es jetzt nicht weiter wird man das ein zeichen manchmal wechseln ich will den wechseln sind sind da solche zeichen oder das ist das zeichen ach so stimmt ich wollte noch ich wollte ja ich wollte ja noch nichts machen ich wollte ja noch unterstützungskräfte mit reinnehmen hier jetzt nene 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 jetzt hat das noch jetzt hey bitches Ey, da muss ich echt schnell zuschlagen. Was ist denn das für eine Scheiße? 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 Das für eine Scheiße? Was ist denn 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 das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was ist denn 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 das für eine Scheiße? Ich denke das ist bestialisch, als ob wir einen Möbel einmal der Chromos gefallen werden. Okay. Was sprechen hat ihr mich? Diesmal scheint hier nicht besonders stabil zu sein. Was ist für eine Scheiße? Denken Auto zwiert mich ? Ah, was macht man jetzt? Welch schlaugen und so kann ich ja nicht. Telekinese bringt dir hier nichts. Wenn ich einen Falzer gegenwerfe. Ich glaube das ja. So macht man das auf. Ich werde bekloppt. Alter. So macht man das auf. Bin ich richtig? Ja. Ah ja. Okay. Ich bin echt oben lang gelaufen. Jetzt bin ich unten. Stimmt schon. Stimmt schon. Anum. Hi. Ich schau Anum. Neue Freunde. Seid viel grüßt Freunde. Unum. Sag hallo. Unum. Na los. Es scheint nicht unsere neuen Freunde wie Ahix zu behandeln. Und Sokron macht das wohl auch nicht. Ha ha ha. Das war lustig. Und dann Boss Haik genannt. Und zack. Zungen rausgerissen. Arme Ohnung. Das muss wehgetan haben. Der Glückliche. Mir wurde es auch gefallen, wenn Sokron mir wehtun würde. Ah, du hast recht. Wir haben ein paar neue Spielkameraden. Vielleicht freuen wir auch, dass man ihnen weh tut. Dann mal los. Dann mal los, Brüder des Schmerzes. Werde Zeuge meiner Schmerz... Schmerz... Schmerzhaft... Schmerzherrschaft. Schmerzhaft. Schmerzhaft. Jetzt haut er mal nehmt ab mit deinem Scha- Du verspachtst hier, Alter, haut er nehmt ab. Stell dich wie nen Mann, du Memme. Meine Fresse. Okay, jetzt kommt's. Okay, ich wollte wahrscheinlich in den härteren Nuss. Jetzt bin ich wieder voll. So, mein Freund. Den musste der jetzt fressen. Sticht, sticht ein bisschen arg. Ich mag, äh, ich mag nicht mehr spielen. Ah, da wird man's ne Kiste. Dieser Zurm sieht nicht besonders solide aus. Hm. Und dort komme ich ja. Warte, 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 warte. Warte mal, warte mal. Er steht dichter, äh, sehr stabil aus. Warte mal. Warte mal, da kann ich doch Schäden nimm und den Stein dahin werfen. Ich hab's einfach nur raus. Komm her, bitch. Oh, das hat den. Also die Level 11 sind ja gar kein Problem mehr für mich, ey. Das ist ja der Shit. Also die auf der gleichen Stufe stehen wie ich. Modische Strandschuhe. Großer Saal. Will ich aber noch nicht rein. Ich glaube, mal gucken. Alter. Ups. Ach, das sind Häuser. Ich sehe nicht hier. Die Shiro ist oben, oder? Ich bin wieder reingerannt. Ich bin immer so. Ich würde aber gerne mich aufladen. Wo waren die andere Shiro? Ah, okay, 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 okay. Jetzt hier ums Eck. Und da ist auch schon. So, jetzt wieder zurück. Kannst du einfach reingehen. Okay. Großer Saal. Ah, Pukki, du kleiner. Okay. Ei, scheiße. Weißt du, wir haben schon eine halbe Stunde rum. Ach so, ich kann schon nochmal abspeichern. Okay. Ich würde sagen, sehen wir den nächsten Part, was da drin passiert. Ich bin echt gespannt, ob ich, ob mein Level reicht, was ich hab. In dem Sinne, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht uns sehr froh, dass bis zum nächsten Mal bei... ...Scheinless in der Lightning Kingdom. Mit Sumgami, Gott, Sumgami, meine Wenigkeit. Ja, 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 Vielen Dank.